Heute zeige ich dir drei gesunde Frühstücksideen, die mega lecker schmecken, super schnell gehen und weniger als 400 Kilokalorien haben. Fangen wir direkt mit der ersten Idee an. Die ist für alle, die kein Müsli mögen und lieber ein herzhaftes Frühstück essen. Das muss auch nicht direkt nach dem Aufstehen sein, man kann auch gut ein oder zwei Stunden nach dem Aufstehen frühstücken. Dafür machen wir einen leckeren Avocado-Frischkäse-Aufstrich, für den wir 100 Gramm körnigen Frischkäse, eine Viertel Avocado, einen Esslöffel Sesam, Salz, Pfeffer und ein schönes Brot brauchen. Natürlich kannst du auch direkt die doppelte Portion machen und morgen nochmal davon essen. So mache ich das jetzt auch. Zuerst zerdrücken wir die halbe Avocado mit einer Gabel und mischen dann alle anderen Zutaten dazu, außer natürlich das Brot. Im Aufstrich liefert uns der körnige Frischkäse-Protein und die Avocado gesundes Fett. 60 Gramm Brot, das sind bei mir etwa zwei Scheiben, bestreichen wir dann mit dem Aufstrich und genießen unser leckeres und gesundes Frühstück. Beim Brot würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass es eine lange Gehzeit hat und möglichst keine unnötigen Zusatzstoffe drin sind. Eventuell hast du ja eine Bäckerei in deiner Nähe, die noch selbst handwerklich backt. Wenn du es verträgst, wäre hier ein gutes Vollkornbrot toll oder ein Brot, in dem zumindest ein Anteil Vollkorn drin ist. Meine zweite Frühstücksidee ist für alle, die Schokolade lieben. Wir machen nämlich ein leckeres Schokobananen-Müsli. Dafür brauchen wir 30 Gramm Haferflocken, einen Esslöffel Sojaflocken, einen Esslöffel Mandeln, einen Esslöffel Kakaopulver, eine halbe Banane und 100 Gramm Joghurt. Beim Kakaopulver will ich dir am Schluss vom Video noch einen Einkaufstipp geben, also bleib gerne dran. Als erstes mischen wir Haferflocken, Sojaflocken und den Backkakao und geben anschließend den Joghurt drauf und hacken dann noch die Mandeln. Zum Schluss schneiden wir dann die halbe Banane klein und geben sie dazu. Jetzt noch umrühren und fertig ist unser leckeres Frühstück. Wenn du es lieber süßer willst, kannst du natürlich auch eine ganze Banane benutzen oder etwas Honig drüber geben. Bei diesem Frühstück liefern dir die Sojaflocken und die Mandeln jede Menge Proteine und die Haferflocken versorgen dich mit hochwertigen Kohlenhydraten. Meine dritte Frühstücksidee ist für alle, die morgens zu faul sind, zu kauen. Dafür haust du einfach alle Zutaten in einen Mixer. Und zwar 100 Gramm gefrorene Beeren, 80 Gramm Spinat, einen Esslöffel Walnüsse, 100 Gramm Nagerquark, 100 Milliliter Apfelsaft und 100 Milliliter Wasser. Hier liefert dir der Quark Protein, die Walnüsse hochwertiges Fett und die Beeren Kohlenhydrate. Allerdings solltest du hier beachten, dass flüssige Nahrung generell schlechter sättigt. Teste also mal für dich aus, ob du damit gut über den Vormittag kommst. Ich habe dir ja noch einen Trick beim Kauf von Kakao versprochen. Schau bei deinem Kakaopulver gerne mal nach, was für Zutaten da drin sind. In manchem Kakao ist nämlich wirklich nur Kakao drin, in anderem sind auch Säureregulatoren wie Kaliumcarbonat oder Kaliumhydroxid drin. Die verändern den pH-Wert so, dass der Kakao nicht mehr sauer ist. Dadurch verändert der Kakao seine Farbe, sodass er dunkler wird, die Löslichkeit steigt und der Kakao schmeckt weniger bitter. Leider gehen hier aber auch sehr viele der sekundären Pflanzenstoffe kaputt, die potenziell gut für deine Gesundheit sind. Je stärker der Kakao behandelt ist, desto mehr dieser Polyphenole gehen kaputt. Wie stark der Kakao behandelt ist, kann man grob an der Farbe erkennen. Je dunkler, desto stärker behandelt. Insgesamt würde ich persönlich lieber zu einem Kakaopulver greifen, das wirklich nur aus Kakao besteht. Wenn du aber welches mit Säureregulatoren hast, ist das auch kein Problem. Mein Supermarkt verkauft zum Beispiel gar keins ohne. Dann kannst du dich aber zumindest an der Farbe grob daran orientieren, wie viel Säureregulatoren drin ist. Ich habe mal alle vier Kakaosorten gekauft, die es bei mir im Kaufland gab. Und wie du sehen kannst, sind die beiden Markenkakaos dunkler als der der Kaufland-Eigenmarke. Ich hoffe, du hast eine leckere Frühstücksidee gefunden. Wenn dem so ist, lass gerne einen Daumen nach oben da. Verrate mir auch gerne, wenn du ein Rezept ausprobiert hast. Wenn du willst, kannst du natürlich auch meinen Kanal abonnieren, um keine Videos zur gesunden Ernährung zu verpassen.